Die DHV News vom 22. September 2023. Ärger im Bundesrat, jetzt bei E-Mail-Aktionen mitmachen. Wahlcheck für Bayern und Hessen. Mit freundlicher Unterstützung von AWAY Medical, Drehhandel und Seeds24. Herzlich willkommen bei den DHV News. Manchmal ist die Zeit, einfach gemütlich die DHV News zu gucken. Manchmal ist Zeit zu handeln. Und heute ist Zeit für alles beides. Es gibt Ärger im Bundesrat. Im Moment ist ja das Gesetz Säule 1 Lauterbach, Entkriminalisierung der Konsumenten, Anbauclubs, Eigenanbau im Bundesrat, bevor es dann in den Bundestag geht. Der Bundesrat kann jetzt mal Stellung nehmen. Und ich hatte ja noch bis jetzt die Woche spekuliert, dass vielleicht gar keine Stellungnahme kommen wird, weil die sich sowieso da nicht einig werden, offene Stellungnahme, weil die sich alle gegenseitig neutralisieren sozusagen. Fast in allen Landesregierungen sind irgendwelche Ampelparteien beteiligt. In vielen eben auch die CDU. Deswegen gibt es eben auch keine Mehrheit für eine Legalisierung, für ein richtiges Legalisierungsgesetz. Das wäre ein Zustimmungsgesetz. Und die CDU könnte das aufhalten im Bundesrat. Aber so können genauso gut eben die Ampelparteien auch eine Stellungnahme aufhalten, indem sie auch eine Enthaltung erzwingen. Aber jetzt kommen da ganz andere Nachrichten aus dem Bundesrat. Und die stellen das in Frage. Also die Ergebnisse der Ausschusssitzungen sind bekannt geworden. Der Bundesrat hat ja selber auch nicht nur den Bundesrat an sich, sondern auch fachliche Ausschüsse, die ganze Vorkauen und Vorberaten und so weiter. Und da werde ich jetzt einiges zum Hintergrund erzählen. Aber wem das zu viel wird, wer gar nicht hier stundenlang mal die Laber sich anhören will, der kann doch bitte sofort so nett sein und auf funverband.de gehen und da bei unserer E-Mail-Aktion mitmachen. Ihr findet da die Nachricht dazu. Da müsst ihr noch einmal irgendeinen Button anklicken, jetzt mitmachen. Dann geht so ein Mail-To auf. Ihr kriegt eine vorgefertigte E-Mail mit Text und Adressaten und Betreff und so weiter. Nur einen Namen drunter schreiben und abschicken. In manchen Browsern funktioniert wohl nicht mit irgendwelchen E-Mail-Programmen, oder so. Dann steht auch noch ein Hinweis da, ihr könnt auch beim Ausgleich rechts die Empfänger rauskopieren, sozusagen aus diesem Link. Aber bei vielen scheint es zu klappen. Auf jeden Fall haben es schon über 1.000 Leute mitgemacht, seit wir die Aktion online haben, gestern Nachmittag. Also schon mal bis jetzt schon ein großer Erfolg. Das dürfte nicht alle Tage vorkommen bei den Landtagsfraktionen, dass so viele E-Mails zu einem Thema eingehen. Und jetzt kommt überhaupt erst die HV-News, ja, und auch der Newsletter vom Handverband und so kommt noch. Das ist noch gar nicht losgegangen. Insofern, da werden wir wohl noch einiges mehr machen. Ihr müsst noch einiges mehr machen, ja. Wenn ihr jetzt zum ersten Mal davon hört, vielleicht gleich nach diesem Kapitel sozusagen kurz Pause drücken und mal eben auf handverband.de gehen und abschicken. Aber zu den Hintergründen. Ich habe ja gesagt, es geht um die Ausschusssitzungen. Und die haben viele repressive Dinge beschlossen. Zuerst kam die Nachricht in den Medien, dass der Hamburger Innensenator Andi Grote von der SPD beantragt hat, das Gesetz für zustimmungspflichtig zu erklären. Bis jetzt ist das ja nicht auch ganz bewusst so gestrickt sozusagen von der Bundesregierung, weil eben im Bundesrat die CDU diese Spermienmehrheit da hat. Die können die Mehrheit der Länder neutralisieren durch Enthaltungen. Insofern darf das Gesetz nicht zustimmungspflichtig sein, weil dann die Union das einfach aufhalten könnte. Andi Grote von der SPD will jetzt, dass das noch zustimmungspflichtig wird und hat das entsprechend beantragt. Ja, also ein Riesenproblem letztendlich, falls das durchsetzen würde. Jetzt mal unabhängig davon, wie wahrscheinlich das ist. Aber das jetzt aus dem SPD-Mann da ausschert irgendwie und den eigenen Leuten da Knüppel zwischen die Beine wirft. Unglaublich. Und auch, dass die Grünen das mitgemacht haben sozusagen und einfach so haben passieren lassen, finde ich auch unglaublich. Verheerendes Signal. Und da kam auch in Medien dann, Hamburg lehnt lauter was Cannabis-Gesetz ab. Ja, wir haben uns bei den Grünen beschwert, ja, was da los, wie kann das passieren, dass der Hamburger Vertreter im Bundesrat so einen Antrag stellt. Ja, kam die Antwort dann irgendwie, das ist halt eine Einzelmeinung, deckt sich jetzt nicht unbedingt mit unserer. Aber das mag ja sein, Trotzdem hat Grote da im Prinzip für Hamburg offiziell als Vertreter der Stadt Hamburg im Ausschuss so einen Antrag gestellt, dass doch bitte das Gesetz da zustimmungspflichtig und damit in die Tonne gekloppt werden soll. Ich habe auch bei der Pressestelle des Hamburger Senats da nachgefragt, ob das jetzt die Haltung des Senats ist oder nicht. Da habe ich keine Antwort drauf bekommen. Und ja, das finde ich schon extrem unprofessionell. Bei so einem kontroversen Thema müssen doch die Koalitionspartner das im Vorfeld sehen. Ja, wenn ein Senator wie Grote offensichtlich gegen die Legalisierung ist, weil er jetzt schon oft genug betont hat und schicken den da ohne Vorabsprache irgendwie in den Ausschuss und lassen den da machen, was er will und dann stellt er so einen Antrag. Ja, ich verstehe das nicht. Unglaublich. Wenn man das jetzt ernst meint, dass das eine Einzelmeinung ist, dann muss Hamburg ja jetzt im Plenum des Bundesrates gegen den Antrag stellen, den der Hamburger Vertreter im Ausschuss selber gestellt hat. Ja, also das würde ich doch vermeiden, möglichst vorher, ja, so schräg. Abgesehen mal davon hat natürlich auch die SPD den hätte aufhalten müssen. Ja, SPD-Beschluss ist ja mittlerweile Legalisierung und Hamburg schickt da irgendwie so einen super repressiven alten Innensenatorknochen da irgendwie in den Bundesrat, um da abzustimmen. Ja, und lässt den da machen, was er will, ohne das vorher irgendwie mal zu besprechen. Andi, was hast du denn da so vor? Ja, nee, lass das mal lieber. Ja, nee, wird überhaupt nicht drüber geredet und lassen den da machen. Die niedersächsische SPD-Innenministerin Daniela Behrens hat den Vorstoß auch unterstützt. Ebenfalls Rot-Grün, ja, auch SPD-Frau. Also offensichtlich ist es nicht nur ein Problem in Hamburg und es war auch nicht nur der Innenausschuss des Bundesrates, der da problematisch war. Es gibt jede Menge kritische Anträge, die auch durchgekommen sind. Dazu gab es etliche Informationen erstmal von Legal Tribune Online. Der Redakteur Hasso Zuliak lagen die Beschlüsse vor. Ja, der ist immer gut unterwegs mit Recherche da bei solchen Sachen und er hat zum Beispiel auch berichtet über einen Antrag aus Bayern, das ganze Gesetzesprojekt komplett zu stoppen. Ja, Storff, er stampft dann einfach in die Tonne und fertig, hat Bayern beantragt. Logischerweise, ja, was sonst. Aber Baden-Württemberg hat dem auch, hat das mit eingebracht, ja, nicht nur zugestimmt, sondern mit eingebracht. Und Baden-Württemberg wird vom grünen Ministerpräsident regiert, ja, grün, Koch, CDU, Kellner, ja, grün, schwarz. Und trotzdem bringen die so einen Antrag mit ein, das Legalisierungsgesetz zu stoppen, ja, unglaublich, wieder auch da. War, glaube ich, kein Grüner, der das da eben vorgetragen hat, aber eben eine grüne Regierung und so etwas darf nicht passieren. Und so weiter geht dann auch bei anderen Ländern, wo eine Ampelpartei mit in der Regierung sitzt, die haben sich massenhaft in den Ausschüssen gegen die Reform positioniert. Und zwar nicht nur bei diesen großen Sachen, ja, von wegen in die Tonne kloppen und Zerstörungspflicht, sondern auch bei allen möglichen Details. Zum Beispiel, dass Cannabisabgabe in den Clubs erst ab 21 gelten soll, ja, wegen der Wahnsinns-Hirn-Entwicklung, die man noch hat, so diesen Wahnsinns-Hirn-Boost, den die 20-Jährigen alle gerade noch am Laufen haben irgendwie. Deswegen soll das jetzt ab 21 sein und so geht das die ganze Zeit weiter. In dem Fall zum Beispiel Zustimmung aus Hessen und Baden-Württemberg, ja, beide mit grüner Regierungsbeteiligung. Die Amnestie, die geplant ist, ja, dass also die Altfälle aus dem Bundeszentralregister gestrichen werden sollen, wird auch abgelehnt. Zustimmung aus Rheinland-Pfalz, auch die FDP in der Regierungsbeteiligung mit drin. Und so geht das weiter. Es gibt da ein Riesendokument mit über 80 Änderungsanträgen, die in den Ausschüssen angenommen worden sind, einer schlimmer als der andere. Ich nenne nur ein Beispiel. Das Gesetz soll nicht Anfang 2024 in Kraft treten, also jetzt nächsten Januar, irgendwie, wenn die alles fertig sind und beschlossen haben, sondern Mitte 2025 erst, ja, obwohl das Gesetz fertig da liegt, damit die Länder in Ruhe irgendwie da sich noch drauf vorbereiten können, ja, und also noch anderthalb Jahre Verfolgung von Cannabiskonsumenten, weitere 300.000 Strafverfahren ungefähr gegen Cannabiskonsumenten bis Mitte 2025, damit die sich da noch ein bisschen an den Füßen spielen können. Also es ist wirklich nicht zu fassen. Mittlerweile ist diese Beschlussvorlage für den Bundesrat online mit diesen über 80 Änderungsanträgen, die alle eine Mehrheit gefunden haben. Guckt euch das ganze Ding an, ja, das ist ein Riesendokument. Schreibt mir gerne in die Kommentare nochmal, was ihr sonst noch so für Bomben da drin findet, ja, ich bin bei weitem noch nicht durch mit dem Durchlesen, ja, wie gesagt, ewig langes Dokument. Also gerne Hinweise nochmal, ja, aber ich glaube, das Problem ist klar, ja, wir haben da den Riesengegenwind. Also was bedeutet das Ganze jetzt alles? Formal erstmal nicht viel, ja, der Gesetz hat komplett einzustellen, der Antrag hat komplett einzustellen, das Projekt ist abgelehnt worden, wäre auch jetzt nicht bindend gewesen, auch die Zustimmungspflicht nicht. Ja, der Bundesrat kann jetzt tausendmal sagen, das ist aber zustimmungspflichtig und der Bundestag kann sagen, äh, spätsch, nee, sind wir nicht so. Ja, dann ist im Zweifelsfall, müsste aber ein Gericht das entscheiden. Wenn die sich entscheiden, juristisch dagegen vorzugehen, dann wird es wieder brenzlig, ja, und die Bundesministerien sind sich sicher, ist nicht zustimmungspflichtig, toi, 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 ja, also hoffentlich haben sie recht, ähm, aber zumindest verzögern kann die Sache natürlich, das Ganze dann, ne, man weiß nicht so genau, wie lange dann, wie lange das dauert, bis der Verfassungsgericht dann sagt, ja, das ist zustimmungspflichtig oder nicht. Ja, das scheint auch ein Thema zu sein, wo einige andere Minister auch gesagt haben, Bundesländer, ja, das sehen wir jetzt nicht so mit der Zustimmungspflicht. Aber der Antrag liegt erstmal am Tisch und hat im Ausschuss eine Mehrheit gefunden. Also, ansonsten davon abgesehen, formal, hat das Ganze jetzt keine große Bedeutung, der Bundestag kann das komplett ignorieren, ja, und die Politiker geben sich auch da erstmal relativ entspannt und sagen, ja, gut, die können da beschließen, was sie wollen, ja, wir ziehen das halt trotzdem durch. Aber, wir sehen ja, wie öffentliche Aussagen in diese Richtung die ganze Debatte beeinflussen, auch die Kinder- und Jugendpsychiater mit ihrem ganzen Theater irgendwie, ja, die Kinder jetzt alle anfangen zu kiffen, was völliger Blödsinn ist, ja, aber trotzdem kommen dann solche Abstandsregelungen zum Beispiel in das Gesetz rein, wer Lauterbach Angst vor denen hat, ja, das sind auch alles keine bindenden Sachen irgendwie, keine bindenden Statements, wo die sich dran halten müssen, trotzdem ist das natürlich ein Einflussfaktor. Genauso wie wir auch einer sind, ja, ein Einflussfaktor, auch trotzdem formal jetzt nichts durchsetzen können durch irgendwelche Rechte, die wir haben da, von wegen, wir haben das Recht, jetzt das Gesetz so zu ändern, aber wir sind ein Einflussfaktor. Aber die natürlich auch, ja, der Bundesrat ist natürlich auch ein Einflussfaktor. Insofern wäre das blöd, wenn diese ganzen Beschlüsse da gefasst werden. Deshalb ist eben jetzt wichtig, dass wir da rangehen, dass wir die Ampelparteien in den Landtagsfraktionen anschärfen, ja, dass die mal aufwachen da und der Sache jetzt volle Aufmerksamkeit widmen. Das ist vielleicht gar nicht unbedingt ein böser Wille, ja, dass die alle sagen, ja, komm, wir wollen alle die Legalisierung nicht, ja, lass mal da irgendwie torpedieren, sondern, ja, das waren halt Ausschusssitzungen, das stand jetzt an, das Thema, dass das jetzt da beraten wird und die hatten nicht auf dem Schirm, dass jetzt ihre Minister da, wie die irren, irgendwelche repressiven Anträge stellen, ja, in den Ausschusssitzungen. Hätten sie auf dem Schirm haben sollen, ja, weil die Anzeichen ja vorher da sind. Ähm, aber wir haben halt viele Themen im Kopf und so und wir müssen sie jetzt drauf bringen, dass das ein wichtiges Thema ist, dass sie da gefälligst hingucken sollen. Deswegen die E-Mail-Aktionen. Die können ja die Stimmen ihrer Bundesländer neutralisieren. Ich habe es am Anfang schon mal gesagt, wenn sich die nicht einig sind in der Koalition auf Landesebene, grüne SPD, grüne CDU, was weiß ich, mal FDP mit dabei, können immer sagen, wir sind uns doch nicht einig, wir enthalten uns da. Und dann gibt es eben keine Mehrheit für die ganzen Gruselbeschlüsse da. Und das erwarten wir jetzt von den Ampel-Fraktionen in den Landesregierungen. Eine Woche ist noch Zeit, am 29.09. ist die Sitzung des Bundesrates, wo über den ganzen Kram abgestimmt wird und bis dahin muss was passieren. Macht mit bei der E-Mail-Aktion. Jetzt ist langsam Zeit nochmal für die Pause für die, die den Hintergrund hören wollten. Jetzt macht er Pause. Geht auf handverband.de. Vielleicht ist da irgendwo so ein Info-Link da oben irgendwo. Ja, könnt ihr da auch nochmal hinklicken und das führt euch da hin. Macht da mit. Wir würden uns freuen, wenn wir am Montag wieder ins Büro kommen und hier sehen, alles klar. Wir kriegen nämlich auch Empfänger dieser E-Mail. Wir haben uns da zum Zählen sozusagen, haben uns auch mit reingetan in den Verteiler und sehen da nochmal 1.000, 2.000, 3.000 Leute, die da mitgemacht haben und denen klar gemacht haben, ey, das ist kein Mickey-Maus-Thema. Ja, das soll doch ich völlig ernst nehmen. So, bin gespannt. Ja, auf Montag. Jetzt mitmachen. Ja, nicht nur gucken, auch mitmachen. Mitmachen ist auch angesagt. Bei den Wahlen natürlich die anstehenden Landtagswahlen in Bayern und in Hessen und unsere traditionelle Wahlanalyse ist jetzt online für beide Landes, Bundesländer. Wir gucken uns immer an die Parteiprogramme natürlich, die Wahlprogramme, die Aktivitäten im Parlament der letzten Jahre, manchmal auch, wenn es irgendwelche spektakulären Öffentlichkeitsarbeitsgeschichten gibt, wie bei der CSU in Bayern. Ja, da muss man natürlich auch mal erwähnen, wie sehr rührig die sind, unabhängig vom Programm und so weiter. Ja, der Holecheck, der sich ein Bein ausreißt, um die Legalisierung zu verhindern, das würdigen wir natürlich auch dann. Ja, und wir schicken den Parteien noch Wahlprüfsteine, wo so nochmal ganz konkret gefragt werden, super Sachen und die Möglichkeit haben, wenn die Programme jetzt mal nicht so ausführlich sind, da nochmal ein paar Sachen klarzustellen. Und die Ergebnisse sind jetzt online und zeigen einmal wieder mehr, wie unterschiedlich das auch sein kann. Ja, dass nicht die Parteien überall gleich sind und überall gleich ticken, das kann also ganz unterschiedlich ausfallen. und fangen wir mal mit Bayern an. Gut, völlig klar, CSU, alles rot, ja, sämtliche Balken irgendwie, das ist natürlich Hardcore, was Schlimmeres gibt das eigentlich nicht als CSU für Handfreunde, das geht gar nicht. Die wollen halt so viel Repression wie möglich irgendwie und begründen das Ganze mit irgendwelchen Bierzeltgeschichten. Ja, kann man vergessen. Gut abgeschnitten haben insbesondere Grüne und FDP, wobei in unserer Wahlanalyse die FDP in Bayern auch ein bisschen besser wegkommt. Ja, und das passiert relativ selten. Ja, alle, die jetzt denken, wir sind jetzt die großen FDP-Fans hier, also sonst kriegen wir immer Kloppe, dass wir jetzt linken Fans oder grünen Fans werden, je nachdem, was bei der Wahlanalyse rauskommt. Aber das zeigt eben auch, dass wir eben wirklich ganz neutral gucken, wie stehen die Parteien da, wie sind die aufgestellt in den Bundesländern. Und in Bayern ist die FDP gut aufgestellt, die waren aktiv, die haben sauber geantwortet und brillant klar gesagt, ja, wir sind für die Legalisierung zum Beispiel. Und das ist ein Punkt, der bei der SPD uns gefehlt hat. Die hat ja auch, ist ja auch gut aufgestellt in Bayern eigentlich. Ganz grundsätzlich, also einer der Drogenpitsch sicherlich progressivsten SPD-Landesverbände. Aber sie haben nicht geschafft, irgendwie ein klares Statement für die Legalisierung abzugeben. Das steht im Wahlprogramm drin, wir werden der Legalisierung, der im Bund geplanten Legalisierung im Bundesrat zustimmen. Ja, soweit, so gut, hören wir natürlich auch gerne Zustimmung im Bundesrat, ja, wichtiges Thema. Aber was da gerade geplant ist, auf Bundesebene ist ja gar keine Legalisierung, die hat Lauterbach ja aufgegeben. Sowohl bei Säule 1, sowieso nicht, da geht es nur um Entkriminalisierung und Anbau Clubs. Und bei Säule 2 sind halt Modellprojekte, da ist jetzt auch keine deutschlandweite Legalisierung. Und dann haben sie einen Wahlprüfstein, wie gesagt, da kriegen sie nochmal die Brücke hingestoben, ja, so in dem Fall ganz grundsätzlich gefragt, wie steht ihr zur Legalisierung, ganz grundsätzlich, wie in Kanada zum Beispiel, ja, Fachgeschäfte für Cannabis für Erwachsene im ganzen Land. Und auch da hat es die SPD nicht geschafft, klar, Ja zu sagen, sondern ja, wir könnten uns weitere Schritte vorstellen, aber erstmal wollen wir die Ergebnisse abwarten der jetzigen Projekte, ja, der Modellprojekte und so weiter und dann gucken wir mal. Also das ist nicht gerade das, was ich mir unter einem klaren Legalistatement vorstelle und deswegen eben Gelb bei der SPD an dem Punkt. Und obwohl die Grünen genauso grün sind wie die FDP hier bei unserer Checkliste, halt gab es trotzdem ein paar Haltungsschwächen im Detail, ja, die Wahlprüfsteine sind ein bisschen schludrig beantwortet worden. Hier und da gab es da leichte Abstriche und deswegen hat eben bei uns in Bayern die FDP mal den Pokal geholt, was natürlich nicht heißt, dass Grün und SPD jetzt unwählbar sind. Die sind auch okay, ja, es geht ja darum, und ihr könnt natürlich auch eure eigene Meinung zu anderen Themen einfließen lassen in das Wahlergebnis sozusagen. Wir kümmern uns ja nur um Cannabis-Politik und Drogenpolitik ein bisschen weitergefasst. Aber sonst nix, ja, den Rest könnt ihr euch selber überlegen. Interessant in Bayern nochmal die AfD in dem Fall mit ein paar gelben Punkten dabei, ja, da ist nicht ganz so rot gebalkt irgendwie wie der CSU, wo alles Hardcore-mäßig dagegen und, ne, wir verfolgen euch bis zum Gehtnichtmehr, sondern bei der AfD sind an ein paar Stellen durchaus Formulierungen dabei, dass sie sich was vorstellen könnten, wenn es wissenschaftlich evaluiert, bla, bla, irgendwie überzeugend ist. Aber dann eben auch bei Modellprojekten, bei Drug-Checking zum Beispiel, sagen sie auch, ja, wollen wir jetzt nicht einführen, wir gucken erstmal, was in anderen Ländern passiert. Da werden ja jetzt Drug-Checking-Modelle eingeführt, ja, und dann gucken wir uns die Ergebnisse an und dann schauen wir weiter. Das ist jetzt kein klares Bekenntnis, wir wollen das, aber eben auch kein klares Bekenntnis dagegen. Also an den Punkten hier ein paar gelbe Punkte, auch bei der Führerscheinfrage. Aber insgesamt, da muss man natürlich sagen, die AfD ist ganz gerade gegen Legalisierung, spricht sich auch nicht für die Entkriminalisierung aus, für die eigenen Anbauklubs und so weiter und hat auch negative Anträge gestellt im Landtag, ja, also auch nicht wählbar. Ich erwähne das nur, weil sie dann doch mit den Punkten ein bisschen entspannter sozusagen aus der AfD-Community rausgucken so und sich da ein bisschen nachdenklicher zeigen als die anderen Landesverbände. Und die Freien Wähler, ja, das ist sehr CSU ähnlich, bis auf den einen Punkt, das ist so ähnlich, wie die AfD sich bei Drug-Checking vorstellen könnten, sich da mal in Ruhe zu überlegen. Alles andere ist genau so Hardcore-mäßig für bei der CSU und damit bin ich mit Bayern auch einmal fertig, bis auf eine Meldung, die heute noch oder jetzt gerade noch vor kurzem, wie ich gesehen habe, beim Medien durchgucken von dieser Woche, wo man wieder Aiwanger, ja, das habe ich ja letztens schon mal erzählt, dass er gesagt hat, er hätte tausend Jahre Bier getrunken in Bayern, ja, die Bayern hätten alle tausend Jahre Bier getrunken und kann er mit tausend Jahren kiffen, würde es jetzt bestimmt nicht besser werden. Also das so das Niveau ungefähr, mit dem der arbeitet und das hat er jetzt nochmal irgendwie gezeigt, indem er auch gegen die grünen Woken wahnsinnig irgendwie rum lamentiert hat, weil die Cannabis freigeben wollen. Aber von so einem Glump müsste man die Kinder doch schützen. Die sollen lieber Schnitzel essen und Fleisch, denn der Mensch ist aufgrund seines Gebisses ein Allesfresser. Ja, super Argument gegen die Legalisierung von Cannabis, dass der Mensch doch lieber Schnitzel essen soll. Niveau Freiwähler Bayern. Kommen wir nach Hessen. Da ist der Wahlsieger FDP eben zum Beispiel nicht so gut aufgestellt wie in Bayern und hat da doch ein paar Gelbe und einen roten Punkt beim Drug-Checking. Die Linken sind am besten aufgestellt gewesen in Hessen, auch wenn die natürlich im Moment Schwierigkeiten haben mit den Wahlergebnissen. Ja, das ist also brenzlig, aber inhaltlich prima gemacht. Während AfD zum Beispiel hier rot, 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 alles rot irgendwie durchgezogen irgendwie ganz klar Hardcore-mäßig, wie man das erwartet sozusagen, während die CDU wiederum in Hessen an ein paar Punkten erstaunlich liberal unterwegs ist, was man nicht erwarten würde. Die befürworten zum Beispiel auch Drug-Checking in Hessen. Sicherlich haben wir auch schon da entsprechende Programme eingeführt und beantragt und so weiter als Schwarz-Grün. Ja, da ist der grüne Einfluss in der Koalition vielleicht ein bisschen zu sehen. Aber auch Frankfurt als Vorreiterstadt, die größte Stadt in Hessen, die da schon lange mit unterwegs ist und auch mit CDU- Kommunalpolitikern, die dann da mitgezogen worden sind sozusagen in die moderne Denke. Auf jeden Fall da waren sie okay und bei der parlamentarischen Arbeit mit den Grünen zusammen haben sie halt doch einiges gemacht, auch an niedrigschwelliger Suchthilfearbeit und so, ja. Also kann man auch mal gut finden. Aber ansonsten alles, was mit Cannabis zu tun hat, ist genauso rot wie immer. Also jetzt für Handfreunde ist jetzt Drug-Checking und Suchthilfe und so weiter jetzt nicht so zwingend wichtig, wenn es jetzt um die Kriminalisierung geht. Ja, da ist die CDU war ja auch da nicht wählbar. Und die dann, die Grünen halt auch wieder nicht geregelt gekriegt, irgendwie ein vernünftiges Statement pro Legalisierung rauszuhauen. Und auch merkwürdige Antworten beim Führerschein-Thema gebracht. Ja, also das ist ein bisschen mau. Trotzdem sind natürlich auch wieder da, Grüne und FDP wählbar, zusammen mit den Linken. Ja, ist schon noch in Ordnung. Aber man hätte sich doch ein paar klare Worte gewünscht. Ja, so ungefähr auf dem Niveau ist das, aber während die anderen mit den roten Balken ja, einfach nicht zu gebrauchen sind. Ein Sonderfall ist hier die SPD. Die haben sich auch schon beschwert, wie das jetzt sein kann, dass da jetzt überall rot ist. Aber die haben null Aussagen dazu im Wahlprogramm zur Rungspolitik. Nichts, kein Wort. Und unsere Wahlprüfsteine nicht beantwortet. Jedenfalls nicht bis zur Deadline, trotz mehrfacher Nachfrage. Ja, was ist hier mit den Wahlprüfsteinen? Von allen beiden Bundesländern, allen genannten Parteien hier waren die SPD in Hessen die einzigen, die nicht geantwortet haben. Jetzt gerade noch irgendwie nach der Deadline, nachdem wir das veröffentlicht haben, kamen wir noch irgendwelche Antworten und wären versehen gewesen und so. Aber ja, tut uns leid. Ja, wir haben mehrfach nachgefragt. Kam nichts, ist nichts. Ja, also können euch bei der SPD selber erkundigen. Bei uns, wir konnten nichts rausfinden. Ja, und selbst wenn sie uns Antworten geschickt haben, kein Wort dazu im Wahlprogramm ist halt auch Bad Mau. Ja, das ist so oder so jetzt nicht toll. Gut, so viel zu den Wahlanalysen. An manchen Stellen kann man sich sicher überstreiten. Ja, jetzt nochmal hier kurz bei den Grünen und Gelb für Legalisierung. Die haben auch, glaube ich, da drinstehen jetzt in dem Fall, wir befürworten den Plan zur Legalisierung auf Bundesebene, wo wir dann sagen, ist ja keine Legalisierung, was die da vorhaben im Moment. Ja, das ist halt irgendwie zwar eine Verbesserung, aber eine Entkriminalisierung und keine Legalisierung und eben auch in Wahlprüfsteinen keine klare Kante. Das kann man natürlich anders sehen, ja, bei so einer Formulierung. Wir begrüßen die Legalisierung, ja, wieso gelb und nicht grün. An manchen Stellen ist das eine schwere Entscheidung und diese Bildübersicht nur, ja, sehr grob geschlagen. Ja, wenn ihr die Details sehen wollt, wie wir da drauf kommen und was die Hintergründe sind, müsst ihr in den Wahlcheck reingehen, in die Analyse und zwar nicht nur in die Nachricht und in das Fazit, sondern dann auch mal gucken, okay, was haben die denn geantwortet, was steht denn genau im Programm und so weiter. Wie sind die vom Handverband denn auf so eine Beurteilung gekommen? Ja, wer da irgendwelche Fragen hat, kann erst mal lesen oder dann danach fragen. So, jetzt aber den Rest relativ schnell durchgeritten. Bei der nächsten Nachricht habe ich relativ lange überlegt, ob ich die bringe. Und zwar von der UN-Ebene. Ja, das ist ja auch mal so ein trockener Papierkram, die produzieren auch mal Dokumente ellenlang und ewig lang mit irgendwelchen total friemeligen Formulierungen, was sie da jetzt alles politisch vorhaben und in Anbetracht von diesem und hinsichtlich jenem und bla bla, bis sie mal dazu kommen, was sie eigentlich wollen. In dem Fall geht es um einen Bericht des UN- Commissioners for Human Rights. Die haben ja so verschiedene Kommissare für alles Mögliche und Organisationen und mehrere von denen haben mit Drogenpolitik zu tun, äußern sich schon mal dazu und eben auch der Menschenrechtsbeauftragte sozusagen der Vereinten Nationen. Und der hat jetzt zum ersten Mal ein Statement rausgehauen, wo er auch dazu aufruft, Drogenmärkte zu regulieren. Also nicht nur Cannabis, sondern allgemein eben die Menschenrechtsverletzungen anprangert, die mit Prohibition und repressiver Drogenpolitik zu tun haben. Das ist ja ein Krieg gegen Menschen und nicht ein Krieg gegen Substanzen. Ja, da muss man auch noch mal so klar auf den Punkt bringen. Und das sieht der Menschenrechtsbeauftragte der UN und sagt eben jetzt, nicht nur Entkriminalisierung, sondern auch die Regulierung der Märkte wäre ein geeignetes Mittel, um gegen Menschenrechtsverletzungen vorzugehen. Und das ist eine Neuigkeit, die so offiziell von irgendeinem UN-Body sozusagen, so ein Vertreter, offizieller Vertreter der UN-Gremium oder Personen oder was auch immer noch nie gekommen ist. Jetzt zum ersten Mal kommt so ein Statement und ist ein kleiner Baustein dafür, die ganze Politik auf UN-Ebene noch mal ein bisschen zu verbessern. Und ich habe lange überlegt, ob ich es reinnehme, weil ich lange gesuchen musste, ja, ich habe irgendwelche Nachrichten darüber gesehen, dass das wohl jetzt da drinstehen soll. Und in diesem Dokument ist es Nummer 68 bei den Forderungen, wo das dann unter Punkt A und C dann drinsteht. Ich habe es dann doch noch gefunden irgendwie, wo das tatsächlich steht, Responsible Regulation, Regulatory System for Legal Access to All Controlled Substances. Also alle verbotenen Substanzen sind da angesprochen, in Forderung 68 A und C. Also ist drin, tatsächlich. Und letzte Nachricht zum tschechischen Drogenbeauftragten, der das Ganze sofort umgesetzt hat sozusagen und mal eben die Legalisierung von Kokain gefordert hat. Drogenbeauftragte wie unser Blinat, die tschechische Variante davon sozusagen, ich sage den Namen jetzt nicht, sonst spreche ich den falsch aus möglicherweise, aber mal eben so Legalisierung von Kokain in Raum geworfen. Und das ist natürlich straightforward sozusagen, seine Meinung irgendwie, Paradigmenwechsel klar auf den Punkt gebracht sozusagen, ja. Ich weiß auch natürlich, dass er da keine Mehrheit dafür kriegt, irgendwie in der tschechischen Politik und seiner Koalition und so weiter. Wurde auch gleich gesagt, ja, von allen, das macht man nicht. Aber kann er ja mal bringen, hat er ja recht. Und das war jetzt erstmal, wir kommen zu den Terminen, geht schnell, vier Termine haben wir, alles, die HV-Ortsgruppentermine. Regensburg, Samstag 30. Hanftisch der Ortsgruppe, Heidelberg, Teamsitzung, Montag, 2. Oktober. Infostand, Oktoberfest in München, Ortsgruppe München, Dienstag, 3. Oktober. Und Darmstadt, das Treffen am Freitag, 6. Oktober. Das war's. Macht mit bei der E-Mail-Aktion handverband.de. Einmal klicken und zwar schnell, ja, bis nächste Woche müssen die Beschlüsse da irgendwie stehen. 29. 9. Das ist die Deadline für den Bundesrat für Stellungnahme. Da werden die entscheiden über diese 1000 fiesen Anträge aus den Ausschüssen. Macht jetzt mit. Zu. Alle. Ja, alle einfach mitmachen. Und ja, liked das Video, abonniert den Kanal, drückt die Glocke und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen beruhsam Abend. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.